Das Thema Familie hat auch die FPÖ-Kandidatin für sich auserkoren. Eigentlich wollte Barbara Rosenkranz ihren Präsidentschaftswahlkampf erst nach Ostern starten, aber jetzt legt sie doch heute schon los. Die zehnfache Mutter würde sich als Bundespräsidentin auch innenpolitisch einmischen, sagt sie. Besonders, wenn es um Einsparungen bei Familien geht. Ich würde auch in diesem Fall jetzt zum Beispiel, wo übrigens der Finanzminister zuerst gesagt hat, er braucht keine neuen Steuern und so weiter und es wird auch keine Leistungskürzungen geben, darauf achten, dass dort, wo schwerpunktmäßig der Gürtel wirklich nicht mehr enger zu schnallen ist, dass dort der Sparstift nicht anzusetzen ist.